Hallo und willkommen zurück bei The Outer Worlds. So, wir waren dran hier, oh, die hier auszuschalten. Ich brauch einen Schalldämpfer. Shit. Ich muss mal gucken, ob ich Parvati heilen muss. Ich loote erstmal. Kann ich die denn heilen? Hier, Parvati. Wieso hat die eine Schaufel? Kein Vorteil. Wieso hat die eine Schaufel? Und wie kann ich Sachen aus deren Inventar in mein... Achso. Wir haben dasselbe Inventar an Waffen. Aber ich kann der jetzt nicht irgendwie Heilung oder so geben. Ich hätte der Rüstung geben können, aber die habe ich ja schon weggemacht. Ups. Rüstung. Auf... und ich kann das nicht mehr Dinge auswählen. Und ich kann das nicht mehr Geld machen, gut. Ich versuche das nicht mehr, aber... Eine Schaufelung zu kostenlos. Ich versuche die Karte. Wenn ich mich heile, heile ich sie mit Nicht so gut, aber Etwas Oh, hier liegen ein paar Beine Kommt schon mal vor, ne Da oben läuft der Boss Da oben lag der, äh, war der Boss Ich suche eigentlich den, den Sniper Scheiße Jetzt habe ich keine Dietriche Aber das ist doch hier so ein Plünderlager Hier müssen doch eigentlich Dietriche liegen Wir müssen die doch hier haben Und wo liegt der Speer? Ich habe ein Tier gehört So, dann haben wir schon mal einen Wo ist der denn jetzt hin? Ach, der ist runtergefallen So, ich brauche mehr Dietriche Ich würde ungern hier von hier weggehen Ohne die Dings zu öffnen Komm schon Irgendwo müssen noch zwei liegen Sieht sehr schlecht aus Verdammt Schade So, jetzt müssen wir da hoch Kann ich selber Wegpunkte erstellen? Nein Ich gehe jetzt erstmal hier hin Dann da hin Vielleicht folgen wir auch dem Weg All together All together wo ist der große ja so waffentechnisch wie sieht es aus und sturmgewehr die haben sich so vögel geschnappt das ist geothermal kraftwerk da werde ich jetzt erstmal dran vorbei gehen genau da wollte ich hin f5 die sind hier tatsächlich was stärker alter ich treffe ich muss die irgendwie heilen ich weiß nicht wie ich die heilen kann wir waren hier schon irgendwie stärker verkaufsautomat so verkaufen kann ich die triche kaufen hier muss man schrott weg ok damit kann ich sie nicht heilen war ein versuch so was haben wir denn hier versiegelt wird wahrscheinlich später ein quest sein leute ich brauche die triche aber hier kommen wir rein jetzt habe ich natürlich keine shotgun mehr für nahkämpfer munition geht immer spacers choice dann können wir hier erstmal nichts machen weil die tür da versiegelt ist okay dann gehen wir jetzt darüber wollt ihr nur mal gucken verlassene spacer choice siedlung hmmm 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 Das Teil ist ultra geil, also Geil Er rastet ja das ganze Spiel hier aus, ey Oh, der hat sich den Kopf weggeballert Oh, was ist denn hiermit los? Wieso ist das so golden? Mr. Zap Grundleben, generiert Bedrohung, Technik Na, die hat schon wenig Leben, ne? Ich meine, ich gehe ja selber auf Technik Erhöht das meine Technik oder ihre Technik? Ne, deine Technik wird erhöht Also meine Technik wird erhöht Alles klar Danach gehen wir auch auf die Mods Ne, das habe ich jetzt gemacht, weil Erstmal muss ich ja hier Ja, mit Tarnung, ne? Minuspunkte Weil meine Technik ist ja jetzt auch erhöht Machen wir erstmal Medizin 49 Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter aufs Schloss knacken Ja, danach machen wir hier Hacken 40 Damit ich endlich mal Dinger kaufen kann Hier Roboter hacken wäre natürlich auch nicht schlecht What am I denn hier? Okay Da haben die sich selber hier einen toten Wir haben hier mehrere Tote Die haben wohl ihre eigenen Leute gekillt Ah, Dietrich endlich Ich renne jetzt aber nicht zurück Nur um diesen einen Behälter zu öffnen Es werden wahrscheinlich noch so viele kommen Wo ich öffnen muss So Was haben wir jetzt noch für Quests? Einmal den abgeben Ich meine, wir könnten uns porten Guck mal, da ist sogar ein Dialog oder sowas Komm, wir porten uns mal rein Geht einfach schneller Das ist immer ein fetter Revolver Den jeder hat Dicke Trommel Du hast was gesagt Kannst du jetzt mit mir reden? Nee War ja sonst immer so Ich bin hier, um Kopfgeld einzutreiben Äh, Guillaume Gil Antrim Real name Guillaume Duly processed by a freelancer On behalf of Spacer's Choice I remember him I was just a kid Last I saw him Shame I'll just need your signature Here, 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 here And here Got any more fingers for me? Doc Maybel Mabel Burgess Mabel Burgess Bedeutung Drei oder lefthand Bedeutung Let's just say No longer applicable I remember Doc Burgess Conducted my physical Every fiscal quarter Guess she couldn't keep her hands Off her patient's medicine Still one outstanding bounty If you've got a finger I've got the paperwork Bertie Cotton Was ist das, Junior-Hilfs-Gendarmen? Wieso enden so viele Leute von, äh, von euren Leuten als Plünder? Das beantwortet meine Frage eigentlich nicht. Marauder sind Leute, die verloren haben, um zu arbeiten zu lassen. Sie wanderten in die Wilde und gaben in ihre Basse oder Instinkte. Nicht jeder hat sich in Edgewater geklärt, um zu arbeiten. Einige wurden Deserter, einige wurden Marauder. None of them get my Sympathie. Jetzt würde ich am liebsten die Eins und die Zwei machen. Ich hoffe, ich komme nochmal da wieder hin, weil dieses Adrenatime, das führt ja zu der einen da. Und das mit dem Eugen war auch irgendwas. Wir machen erstmal die Zwei, also Plünderer scheinen Adrenalin-Time zu leben. Everybody likes Adrenalin-Time. It is the finest medical drug ever developed by Spacer's Choice. Much better than that crap anti-Cleopetals. Sure, a little too much Adrenalin-Time can bring out the violent animal in you. But if overdosing on Adrenalin-Time turns you into a lunatic, you have only yourself to blame. Says so right on the warning label. Violent Psychosis is a well documented and legally accounted for side effect of Adrenalin-Time. Wenn man noch was anderes was ich fragen wollte? Was ist in your mind? Ach Mist, jetzt kann ich das doch nicht mehr fragen oder was? Das klingt nach Sklaverei, haben wir noch nicht. Schade. Jetzt kann ich das andere nicht mehr fragen. Offener. Es sind alle geschlossen, okay. Nichts Neues. Okay, ich kann einfach in die Gefängniszellen reingehen. Keiner ein Problem mit. Ist aber auch nichts drin. Wollen mich mal kurz schlafen legen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Raus hier. Willst du jetzt mit mir reden? Immer noch nicht. Okay, reparieren. Da sollte ich vielleicht mein Kram erstmal... Wobei, hier ist sowas drum, ne? Okay, das reparieren ist teuer. Aber das will ich auch reparieren, deswegen spare ich. Modifizieren. Schaden. Schadenstyp Schock. Wollen wir jetzt auch so mein dickes MG machen. Ich, ich behalte es erstmal. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Kann ich auch irgendwie was verschrotten? Da hier zerlegen. Ja, ich weiß immer noch nicht, warum das hier so... Ich behalte es einfach mal. Irgendwas scheint hier hier mit zu sein. Aber jetzt kann ich auch wieder reparieren. Ja, das heißt, ich zerlege die Waffen am besten, damit ich meine reparieren kann. Zehn kostet die. Okay. So, jetzt habe ich meine Rüstung komplett repariert. Bis auf die Waffe und ich weiß immer noch nicht, was mit der ist. Klinge auf Stock. Da ist C rausgeschnitten. Ich weiß nicht. Kann ich nichts zu sagen. Okay, dann gehen wir mal raus. Oder gucken wir erstmal, welchen Quest wir jetzt machen. Ja, machen wir den. Dann laufen wir da jetzt hin. Dann haben wir glaube ich hier auch noch einen, oder? Nehmen wir hier hin, hier hin, da hin und dann gehen wir da hin. Hier müsste ich eigentlich auch mal hin. Und da. An alles was aussieht wie ein Punkt werden wir auf jeden Fall mal hingehen. Hm? Ja. 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 ich hier finden. Oh! Der Sniper ist einfach am besten, aber ich habe die zu spät gesehen. Ist halt so, passiert, ne? Machste nix. Außerdem müssen wir die Sniper ein bisschen schonen, die ist ziemlich teuer. Und reparieren, weil wir die ein bisschen aufgemotzt haben. Moin! Aber das hier sind alles verlassene Spacers Choice-Dinger. Also irgendwie gibt es nur noch Edgewater. Alles andere gehört irgendwie Plündern oder so. Plünder an. Es schien ja mal gut gelaufen zu haben hier, ne? Für Spacers Choice. Danke! Vielleicht sollten wir auch mal schlafen gehen. Boah, es kostet wieder zwei. Ich muss unbedingt Schlossknacken hoch machen. Sturmgewehr. Okay, so kriegen wir einen Dietrich wieder. Schlafen wir mal acht Stunden. Ja? Das war's für heute. Ich wollte auch mal im Nahkampf ein bisschen was machen. Okay, vielleicht sollte ich erstmal alle platt machen, bevor ich loote. So nicht. Hier habe ich doch einen. Hier ist ein Bewohner. Nee, den Bewohner haben die gekillt. Mit Bewohner-Tötungen habe ich nichts zu tun. Ach ja, ich sollte ja aufhören, so unnötig nachzuladen. Ich vergesse das immer, weil aus Prinzip einen Schuss direkt nachladen, es tut mir leid. Ich versuche dran zu denken. Okay, nicht hingucken funktioniert auch. Ich versuche dran zu denken, nicht immer direkt nachzuladen. Eigentlich müsste man dann ja Munition verlieren. Es gibt, ich weiß nicht mehr, welches Spiel, bei irgendeinem Spiel war das tatsächlich so, wenn du nachgeladen hast und du hattest noch Schüsse drin, hast du die Schuss verloren. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. War das Metro? Kann das sein? Oh, jetzt gehen wir sogar in was rein. Oh. Ich habe hier keine Deckung. Scheiße, guck, hier wieder schon aus Gewohnheit. Habe ich gerade aus Versehen direkt wieder nachgeladen. Es tut mir einfach leid. So, den überbrücken wir. Hacken. Erste Hilfe Schlüsselkarte dekodieren. Sehr gut. Stammverzeichnis. Protokoll. Geschichte der Emerald Wallausstellung. Bläh, bläh, bläh. So, ich habe schon mal den Zimmerschlüssel. Die Ausstellung wird nach ihrer Fertigstellung die stolze Geschichte unserer Siedlung für die Nachwelt festhalten. Die Zusammenstellung von Änderungsstücken aus der Gründungszeit unserer Siedlung wird den harten Einsatz der Spacers Family in der Eingangshalle der Versammlungszentrum zu Schau stellen. Im Zentrum dieser Ausstellung wird eine ausgestopfte Mantik-Königin entronen, die als Zeichen des Sieges unserer Zivilisation gegen die Natur die Eingangshalle verschönern soll. Ja. Aber es ist krass, ne, wie, wie, wie groß eigentlich hier diese Region war und wie sie dann untergegangen ist, ne, weil jetzt gibt es ja nur noch Edgewater. Ich loote erstmal durch. Demnächst. Das wäre cool, wenn wir das auch wieder aufbauen könnten. Das wäre echt cool, ne. Hier sind halt die Tiere. Oh, die haben sie ja gekriegt. Ne, das heißt, wenn ich irgendwann mal so eine... Oh, die habe ich noch nicht. Sondern einen Mantik-Königin. Habe... Ne, wenn wir das hier eigentlich wieder aufbauen könnten, ne, so wieder. Und dann die Ausstellung erweitern. Das wäre auch nicht schlecht. Ob das geht? Keine Ahnung. Ich habe gerade ein Raumschiff irgendwas bekommen. Ziemlich viel Klamotten. Sie hat ein leichtes Sturmgewehr. Soll sie mal ein richtiges Sturmgewehr bekommen? Was bedeutet denn dieses Teil? Oh, die hat einen ziemlich guten Helm. Die brauchen nur noch eine gute Rüstung. Hä, von hier bin ich doch nicht gekommen, oder? Ne. Ich bin von hier gekommen. Durch die Toilette durch. Wir gehen jetzt mal woanders gucken, weil... Ist wahrscheinlich egal, wo lange ich gehe. Nachher ist das ein Rundraum. Ich lasse die kleinen Dinger mal leben. Oder kill die dann halt so im Nahkampf. Da lief doch gerade wer. Das ist nix an der Tafel. Ein Wächtersäbel. Ein Wächtersäbel. Kaufsautomat. Es muss alles weggelootet werden. Wollte ich nur nochmal wiederholt haben. Da geht's nach draußen. So, verkaufen. Waffen. Ach ne, ich wollte ja jetzt immer zerlegen, ne? Stimmt. Wie könnten wir eigentlich nehmen? Was kann ich denn hier kaufen? Ach, ich hab immer noch nicht das Modul. Und die Teile sind sehr teuer. Dann lassen wir es erstmal. Noch hab ich ja ein bisschen Platz. Kann ich die... Ja, ich kann die sogar von hier zerlegen. Die Frage ist natürlich, wenn ich die hier zerlege, ob das mehr oder... Äh, ob das weniger Waffenteile bringt. Versperrt. Aber da war ich doch drin, oder? Da hab ich die Karte für. Okay, dann gehen wir jetzt doch nochmal hier lang. Äh, hätten wir ja auch uns ersparen können. So. Danke. Ja, lauf weg. Ist okay. Nachricht. Liebe Mitarbeiter, die Schlüsselkarten-Encoder in der Lobby ist wieder Funktionstisch. Im Idealfall sollte er nicht erneut durchbrennen und wildfremde Leute Schlüsselkarten aushändigen. Sollte der Encoder einen weiteren Ausfall haben, können die im Fall eines Verlustes Schlüsselkarten vom Direktor oder einer Angestellten im Büro im zweiten Stock geliehen werden. Direktor Pickel, ich muss eine Beschwerde aufgeben. Deine Besessenheit von diesem Mantikönig verschwendet wertvolle Ressourcen und hält all die Entwicklungen gesamten Ausstellungen zurück. Du musst sofort aufhören. Lieber Auftraggeber, dieser Brief bezieht sich auf deinen Auftrag über eine ausgewachsene Mantikönigin. Wie du wahrscheinlich weißt, haben unsere Kundenschafter eine wunderschöne neue Art in der Wildnis entdeckt. Wir haben auf deine Zustimmung hier ein Team hochspezialisierter Jäger ausgesandt, um dich für dich zu töten. Wir müssen dich bedauerlicherweise darüber informieren, dass das gesamte Team ums Leben gekommen ist. In Kürze übersenden wir ihnen wie vertraglich für einmal unsere Rechnung für die Grabgebühren des verstorbenen Jäger. Darüber hinaus verlangen wir einen Ausgleich der entstandenen Kosten für beschädigte, zerstörte, verdaute, kodierte und oder verspeiste Ausrüstungen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Lassen Sie mich diese Gelegenheit nutzen, um dir 10% Rabatt auf eine weitere Jagdmission anzubieten. Ich freue mich, von dir zu hören mit freundlichen Grünen, Hunter und Trackers. Ja. Wir bringen der Fauna-Hullikons die grausame Realität bei. Ja, das ist sehr schön. Hat ja nicht so gut funktioniert, was? Gut, wir können natürlich hier direkt durchgehen, aber ich gehe erstmal nach oben. Wir haben zwei Wege, nach oben zu gehen. Jetzt habe ich doch nachgeladen. Es tut mir leid. Es ist ein Reflex. Ist schlimmer als pausieren. Erwischt. So, ich habe irgendein Band aufgehoben. Kann ich das Band denn abspielen? Die Frage ist, wo ist es? Wo ist das Band? Das war irgendwas mit Band 1. Wir haben doch schon mal sowas gesucht, ne? Hier, das. Vielleicht brauchen wir das später für irgendeinen Quest. Wir haben ihn auf jeden Fall schon mal. So, dann haben wir, glaube ich, alles durch. Und immer noch was übersehen. Gibt's ja nicht. Alter, wir haben mich gerade ein bisschen erschrocken, wie die mich da anguckt. Das war kurios. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Mods bekommen. Müssen wir mal gucken, dass wir mal ein paar Sachen wieder... uns drum kümmern. Die Folge ist auch vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao! Ciao! Ooooooooh!